Emilio Kessua, Michael Smolik! Abiko Johnson, Abul Norden! Mirko, er ist 19 Jahre alt, Elias. Also mit 19, da war ich ja gerade mal mit Lego fertig. Und der Typ ist einer der vielseitigsten Kämpfer, die ich in diesem Alter jemals erlebt habe. Auf der anderen Seite haben wir Edwin Kimo, der... Michael Smolik, der nächste Kampf, wenn er den gewinnt, dann will ich ihn hier drin haben. Bei mir! Bei mir wird's nicht so leicht wie bei dem scheiß Rollerfahrer. Mach das mit mir! Am 28. schmier ich dich um, Alter. Da liegst du waagerecht auf dem Boden. Nein, du kostest die Kappe. Nee, ich halte gar nix hier. Was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Ja. Was willst du denn machen? Komm her, komm her, komm her, komm her! Komm her, komm her, komm jetzt! Komm jetzt, komm jetzt! Hol den Dördl! Dennis, hol den Dördl jetzt raus! Hol den Dördl los, wir machen's jetzt! Dein Rekord, dein offizieller 8-3, dein inoffizieller 11-3. Meine Winstreet ist länger als sein Rekord. Du schaffst bei mir nicht mal die Rundenenden zu schaffen. Schaffst du nicht! Du schaffst nicht! Fünf Runden haben wir! Definitiv! Ja? Definitiv, Digga! Das ist doch, ich bitte dich! Was sagst du dazu? Ich hau ihn nur die nächsten. Nee, das ist die... Das ist die... Das ist... Oh! Hey, doch! Lass du doch noch schlagen! Lass du doch noch schlagen! Mach du was! Oh mein Gott! Jetzt... Hartes Ground & Pound! Dreht sich ab und hat dem öffentlichen Lück gesehen! Michael Zwolleck gewinnt seinen zweiten Kampf als NMA-Druck! Ja, Fuhl hat offensichtlich die ersten Sekunden überstanden, in denen er sicher ein bisschen überrascht war von dieser Blitzattacke von Engiczek. Kontrolliert die Situation jetzt hier am Käfig. Schöne Knie zum Oberschenkel. Und dann versucht er ihn zu Boden zu bringen. Das geblinkt auch! Nico versucht hier aufs Bein zu gehen, sucht den Heelhook. Und ja, er setzt den Heelhook an. Nordin will mit einem Toehold kontern. Ja, das sitzt nicht ganz, das sitzt nicht ganz. Der Toehold allerdings sitzt. Und da hat er abgeklopft! Wahnsinn! Was für eine Schlacht! Wer hätte gedacht, dass dieser Kampf durch Sam Mishnitschi... desוצrung aus dem Joaquin ... Loser Heidel nach ... maklos auf dem Joaquin ... dem Joaquin ...